Wieso kann ich nicht blocken bei dem? Es kann doch nicht sein, dass diese eine Stelle jetzt so schwer ist. Ich habe das alle Level bisher eigentlich, jede Stelle nur nach so ein, zwei Mal geschafft. Hier natürlich. Wie soll man denn da an denen vorbeikommen? Ich kann die ja nicht weglocken oder sowas da. Die gucken auch immer nach oben, also oben drüber komme ich auch nicht. So, dann sind wir denen wieder los. Runterfallen will ich jetzt nicht. Dann wird die ja auch nicht los, die beiden. Alter. Wieso guckt denn immer einer genau dann zurück, wenn ich da... Alter, ich will weglaufen. Wieso geht das nicht? Das ist die schwerste Stelle des Spiels bisher aus irgendeinem Grund. Das ist gerade mal am Anfang des Levels. Ja, wie soll man den ablenken? Der guckt ja dauernd hin. Das ist einfach nur noch schlimm, dieses Level. Das kann doch nicht sein, dass das einfach das schwerste Level des Spiels ist. Dass man hier nur an zwei Leuten vorbeikommen muss. Mal sehen, was habe ich denn hier noch? Alter, ich will blocken. Wieso geht das nicht? Die Block-Taste funktioniert einfach nicht bei dem Kampf. Was ist denn hier los in diesem Level? Das ist doch nicht normal hier, dass man da einfach bei diesem einen Level so lange braucht. Weil die immer nach hinten gucken dann genau. Alter, als ob der einfach zweimal hintereinander schießt. Das kann doch nicht sein. Nur weil hier kein Checkpoint sein kann, natürlich. Muss man hier jetzt bestimmt zum 20. Mal diese Stelle machen. Alter, ich habe keine Lust mehr, den hier irgendwie zu überlisten. Alter, das sieht der natürlich... Es ist doch nicht mehr normal. Also dieses Level regt nur noch auf. Also dieses Level... Das ist doch nicht schon so viel zu tun. Also dieses Level regt nur noch auf. Aaaaah. Das ist doch nicht so einfach. Das ist doch nicht so viel zu überlegen. Also, wie soll ich die beiden da auf einmal ausschalten? Ich kann ihn genau nur so lange da ablenken, dass dann einer, dass ich einen kriege und den anderen nicht mehr. So. Haben wir ihn endlich. Das war jetzt wirklich einfach nur noch so eine aufrege Stelle hier. Was haben wir denn noch? Gehen wir mal da rüber. Ja, was auch immer. Darf ich dann auch? Hallo? So, der wird schon mal nicht stören. Attentate auf die Leibwachen. Das ist schon so ein Aufpasserisch. Wie komme ich an dem vorbei? Hey. Sind da irgendwelche Verstecke da drin? Nee, auch nicht, oder? Tschüss. Joachim. So. Bleh. 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 Wih. Ich denn da 50 mal und mach keinen Schaden? Und der lebt natürlich jetzt auch wieder aus irgendeinem Grund. Das ist einfach nur noch furchtbar. Ist denn dieses Level so viel schwerer als alle davor? Wie soll ich denn an dem einen da vorbeikommen, wenn der dauernd aufpasst und wenn man dann einmal irgendwie so steht, dass er nicht an erwischt direkt, dann ist der natürlich schon im Sichtfeld von den Kollegen. Warten sehen, geht das. Ja, perfekt. Guckt der Typ auch irgendwann mal weg da? Wie war denn das? Könnte man nochmal hier den Sneak-Modus machen? Das ging doch hier irgendwie Leichen Kann ich aus irgendeinem Grund nehmen, aber was bringt mir das? Ja, wie kann ich den Das geht auch nicht Alter, was? Wieso kann ich den denn nicht schädigen? Das geht einfach nicht hier in dem Level. Block bringt irgendwie überhaupt nichts mehr. Ich weiß auch nicht, wie die Steuerung war für diesen komischen Sneak-Modus. Und irgendwie Steuerung nachgucken geht ja auch nirgendwo gefühlt. Oder kann man das irgendwo nachgucken? Hier, wo steht denn die Steuerung? In der Datenbank vielleicht? Handbuch? Allgemeine Steuerung? Wo war denn das? Irgendwie gab's doch noch diese hier irgendwie hier Helix-Kilfe, oder war das? Steuerung und das soll ich drücken. Aber hier Helix-Spurt. Hä? Bin ich eigentlich das drücken? Geht das nicht? Da kann ich auch mal nur in Verstecken wirklich. Es gibt keine Verstecke da, so wie es aussieht. Dass man irgendwie so vorbeikommt. Nein! So. den muss ich irgendwie ablenken. so, aber wie? dass man das nicht so vorbeikommt. Das geht nicht so. So, der guckt natürlich überall. Das ist natürlich ungünstig. Der guckt aber nur da. Wenn ich da jetzt bei seiner Routine abschlachte. Ich bin ja gar nicht hier. Das Problem ist, jetzt habe ich keine von den Dingspfeilen mehr. Ja, und der kommt natürlich genau wieder zurück. Wie? Hä? Wieso kann ich da nicht blocken? Will? Will? Vielen Dank.